Servus und willkommen zu MassMail Fitness. Heute versuche ich Schrägbanddrücken und zwar mit 50 Kilo. Ich werde es noch ein bisschen aufwärmen. Das heißt, ich werde Bizepsdrücken machen, die Rotatormanschette aufwärmen, dann ein bisschen an der Maschine die Brust und dann werde ich es versuchen. Ich nehme euch mit, schauen ob ich es schaffe. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Ich hoffe, ich verletze mich nicht. Das ist das Wichtigste. Bis später. So, jetzt ist es soweit. Ich habe schon alles vorbereitet. Vorbereiten ist wichtig. Es wird jetzt gut aufgewärmt. Die Brustge habe ich jetzt so hergerichtet, dass ich es nicht nehmen muss und kann mich zurückfallen lassen. Ich habe es noch nie probiert. Schauen wir mal, ob es geht. Ich bin gespannt. Es sind noch zwei, drei Versuche, das sind einmal das Ziel. Jetzt gibt es zwei, drei Wiederholungen. Schauen wir mal. Gut, gehen wir es an. Okay, gut. Geht nicht zu schwer. Noch einmal, ihr habt alle mitgekriegt. Okay, es ist nicht gegangen. Ich bin natürlich enttäuscht, was so ist. Ich zeige euch meine Niederlagen, sage ich jetzt einmal, obwohl es ja bei mir um nichts geht, aber trotzdem möchte ich natürlich die 50 Kilo schaffen. Ich werde jetzt weiter trainieren. Letzte Woche habe ich schon 46 Kilo geschafft. Das ist super gegangen. Die habe ich sechs bis sieben Mal bewegen können. Und deswegen habe ich halt geglaubt, okay, ich schaffe vielleicht die 50 auch. So zwei, drei Mal. Das ist nicht gegangen. Wurscht. Wir geben nicht auf. Das ist das Motto vom Kanal. Ich bleib dran. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst mir ein Like da. Abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Servus, euer Muscle Man.